Hi! Willkommen zu einem neuen Review von mir. Heute zum Thema Multitools. Multitools sind meistens recht teuer. Ich gehe mal von den Leathermans aus. Victorinox. Günstiger sind dann schonmal Gerber. Und ich muss mich heute outen als echter Multitool Fan Freak oder Sammler. So habe ich zum Beispiel von Gerber das Beargrills Multitool. Habe ich nichts für bezahlt. Ich habe auch hier so ganz kleine. Das hat aber mit Leatherman nichts zu tun. Aber trotzdem sehr stabiles. Das hatte ich mal bei... Wo wirbt die Katzenbagger für? Die haben auch wirklich alles. Poco. Ein Werbungschenk von Poco. Auch mit vielen Sachen. Eins von Lux Tools. Sehr zuverlässig. Hat auch hier, wie man in Amerika sagt oder in England sagt Spring Loaded. Also ist mit Feder unterstützt. Oder eins vom Flohmarkt. Das ist ein Hammer. Ein Zimmermannshammer. Mit einer Zange dran. Auch mit einer Feder unterstützt. Das hat hier eine Klinge. Ich muss sie mal daraus machen. Ich zeige dir mal ganz kurz. Eine kleine grobe Säge. Mit einer Pfeile dran. Einem Schraubenzieher. Schraubenzieher. Hier ein paar Schraubeinsätze. Flaschenöffner. Eine Säge. Einem Hakenlöser. Einem Kreuzfeldschraubenzieher. Ja wie gesagt. Hammer. Zange. Und ähm. Um Nägel rauszuziehen. Fünf Euro auf dem Flohmarkt. Gut. Das ist aber nicht äh. Ach. Ein Gerberklatsch. Hab ich ja ganz vergessen. Da gibt es auch einige die ich jetzt nicht erwähnt habe. Aber worum ich heute ähm. Oder was ich euch heute zeigen möchte ist. Der Discounter Norma. Hat im Augenblick wieder ähm. Sachen im Angebot wie ähm. Ein Beil. Eine Camping Axt. Ähm. Ein Fadenmesser. Das hatte ich schon mal vorgestellt. Und hatte das genannt als äh. Gerber oder Bagrills Klon. Ist wirklich. Fast schon besser als das Original. Hatte auch vorgestellt. Wie ihr sehen könnt. Farblich abgestimmt. Auch die Griffe. Ähm. Das Taschenmesser. Und jetzt. Haben sie. Im Augenblick. Das Multitool. Für 6,99. Und. Und. Ich hab mir gedacht. Für 6,99 machst du nichts verkehrt. Kannst ein Video für die Jungs drehen. Und. Vielleicht kommt ja was vernünftiges bei raus. Ich bin gespannt. So. Auf der Rückseite sind die Funktionen beschrieben. Da wären Telefonzange, Seitenschneider, Klinge, Pfeile, Kreuzschlitz und Schlitzschraubendreher, Dosen und Flaschenöffner, Säge, Fischenschupper, Messhilfe, Hakenöser, ähm. Grifflänge 100 Millimeter. Inklusive praktischer Gürteltasche. Oh. Und das. Für 6,99. Dann wollen wir es doch mal auspacken, oder? Und das machen wir. Steht echt mit nem. Cover Multitool. Und das erste was mir auffällt. Achtung. Es ist wieder unterstützt. Seht ihr? Ohlala. Entschuldigt. Ich bin unvorbereitet. Augenblick. Also. Das ist Feder unterstützt. Und das ist schonmal nicht verkehrt. Da man die Feder von außen nicht sehen kann. Wie zum Beispiel bei dem hier. Da sieht man die Feder hier unterhalb des Gelenks. Sonst sind die Feder im Gelenk drin. So. Ich sag mal. So für mittelgroße Hände verschwindet das Multitool fast. In der Faust. In der Faust. Ich mach dann jetzt mal. Eine kleine Messung. Und das wiegt 226 Gramm. Im Vergleich dazu. Das von Lux Tools. Das. 193 Gramm. Und das von Görber. 268 Gramm. 227 Gramm. Von der Spitze her ist es ein bisschen flacher als das hier. von Lux Tools. Aber ein bisschen breiter als das von Görber. So. Was ich bemängeln muss ist. Die Tools die noch neben der Zange zu erreichen wären. Sind nur. Dann. Zu erreichen wenn. Man das Multitool aufgeklappt hat. Da wäre die Säge. Oder zu sagen. Das ist. Mal gucken. Na. Kein Schnappgeräusch. Aber sie sind. Da ist schon. Durch die rückwärtige. Ähm. Feder ist da schon. Menge. Ah. Es ist nicht so. Dass die Sachen so raus. Äh. Fallen. Wie das bei vielen billigen Multitools ist. Der Schraubenzieher. Dosenöffner. Kapselheber. Schraubenzieher. Pfeile. Der Entschrupper. Mit dem Hakenlöser. Und hier unten. Das kann man wahrscheinlich schlecht sehen. Ähm. Die Maßeinheit. Also. Messmöglichkeit. Kapselheber. Schraubenzieher. Kreuzschliftschraubenzieher. Und die Klinge. Jetzt muss ich dazu sagen. Wetter Freund. Als ich das gekauft habe. Da war ich auch auf Tour mit dem Lkw. Und hatte bei meinem letzten Kunden abgeladen. Danebendran ist eine Oma. Hier steht drauf. Der Artikel muss von Kindern, Jugendlichen und von solchen Personen ferngehalten werden. Die sich den Gefahren im Umgang mit dem scharfen Gegenständen nicht bewusst sind. Vorsicht. Die Klinge ist sehr scharf. Das wollen wir nochmal sehen. Es besteht Verletzungsgefahr. Um Verletzungen zu vermeiden. Stecken Sie das Produkt nach Benutzung stets in die Schutztasche. Die wollen wir uns auch gleich nochmal angucken. Das Produkt sollte nur in dieser Schutztasche transportiert und aufbewahrt werden. Bei Beschädigungen darf das Multitool nicht mehr benutzt werden. Das Multitool immer sauber halten. Nach jedem Gebrauch. Reinigen. Die Firma Hydrodrick aus Wildeshausen. Und hier nochmal der Preis. 6,99. Hier ist jetzt die Schutztasche. Hohoho. Hochwertig verarbeitet. Oh. Was haben wir denn dafür? Eine Garantiekarte. Eine Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitung Multifunktionswerkzeug. Hey. Nun gut. Ach. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Ich klappe jetzt nochmal diese Funktion hier ein. Lass die Klinge draußen. Wollen wir mal gucken, wie scharf die ist. Sehr scharf. Sehr scharf. Sehr scharf. Sehr scharf. Moment. Mal gucken, ob wir das noch scharf kriegen. Gut. Jetzt muss ich mal gucken. das am Multitool am Material liegt. Na ja. Vorsicht. Die Klinge ist sehr scharf. Ja. Dann nehme ich nochmal die Klinge von meinem. Äh. Ah. Guck mal, was ich eben gesagt habe. war, dass ich es begrüße, wenn die Funktionen von außen erreichbar sind. Das ist zum Beispiel bei dem Görber gegeben. Ne. Also von außen erreichbar. Und so wäre es dann ausgeklappt. So. Mal gucken. mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Naja, also die klingen an so einem billigen oder preiswerten Multitool. Da muss man wohl noch ein bisschen was dran arbeiten. Ich fange schon mal damit an. Vielleicht kriegen wir sie ja noch scharf. Vielleicht ist das aber auch nur ein rückendes Ballwerk. Noch mal gucken. Das geben wir mal auf. So viel Video will ich gar nicht hochladen. Also bis auf die Klinge ist das. Also übrigens das orangefarbene hier ist Plastik. Und das hier ist so eine Art Gummi. Was steht denn da? Praktisches Multitool Griffschale aus Kunststoff mit Softgrip aus TRP. Und Werkzeug aus Edelstahl. Also was TRP heißt. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall Gummiartigung liegt echt gut in der Hand. Und so. Ist aber für 6,99 Euro. Kriegt ihr vielleicht mal im Bauhaus. Oder im Baumarkt. Eine recht vernünftige normale Zange. Ihr habt da ein paar Tools mehr dran. Dann könnt ihr sie mal dabei haben. Diese super Tasche. Ja. Das war's. Im Prinzip sagen wir mal Fazit. Note 3 bis 4. Befriedigend bis ausreichend. Danke fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare werden gerne gesehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.